Bei der Erzeugung der Wärme durch eine Wärmepumpe muss man dazu sagen, es gibt zwei Grundsysteme. Das eine ist die Wärmepumpe mit der Basis Gas und die Wärmepumpe mit Elektroenergie. Wir betrachten aber im Regelfall nur die Wärmepumpe mit Elektroenergie, wo wir jetzt vier Sorten kennen. Das ist der Flachkollektor, der in der Erdreich liegt. Wir haben senkrechte Bohrung und dann haben wir die Wasser-Wasser-Grundwassernutzung und wir haben die Luft-Wassernutzung. Relativ billig, weil wir uns das Bohren sparen, ist die Luftwärmepumpe, die aber den Nachteil hat, dass sie sehr geräuschintensiv ist, sodass es irgendwo auch störend wirken kann. Bei der Grundwasserpumpe oder Wasser-Wasserpumpe muss ich darauf achten, dass ich ja das Wasser zurückbringen muss, dass ich es auch in der Fließrichtung zurückbringe. Sonst habe ich ja keinen Kreislauf. Ich kühle das Wasser ab und muss es ja wieder nach unten zugeben. Das ist praktisch nicht Gegensteuer, wie wir im Erdreich jetzt hier sehen. Die anderen beiden Pumpen, die Kollektor, sind ja über Kühlmittel. Hier spielen dann die Flächen eine Rolle. Man sagt beim Flächenkollektor ungefähr 30 bis 40 Quadratmeter pro kW und in der Tiefenbohrung ungefähr 20 Meter pro kW. Auch bei den Wärmepumpen muss man davon ausgehen, dass der Einsatz sehr unterschiedlich sein kann. Dort, wo ich keine Flächen vorhanden habe, kann ich auch keine Flächenkollektoren einsetzen. Es gibt aber auch Pumpen, die ich einfach nicht bohren kann aus Grundwasserbedingungen heraus, beziehungsweise dass das Gestein sehr schlecht im Untergrund ist, sodass ich dann wieder auf eine Luftwärmepumpe ausweichen muss. Diese Bedingungen können da sein und die muss ich dann berücksichtigen. Demzufolge muss ich dann auch meine Pumpe dazu einsetzen. Soll Pumpe dazu einsetzen? Komm, komm, komm!